Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video werde ich dir erklären, wie du dich ganz leicht auf der Programmoberfläche einer sogenannten Tabellenkalkulation, also einem Programm wie zum Beispiel Microsoft Excel oder LibreOffice Calc, zurechtfinden kannst. Auf geht's! Bei einer Tabellenkalkulation geht es, wie der Name schon sagt, um die Erstellung von Tabellen. Daher ist der Hauptteil der Benutzeroberfläche diese große Fläche, in der man verschiedene Tabellen anlegen kann. Zunächst mal ist hier eine Spalten-Einteilung und eine Zeilen-Einteilung zu sehen. Man nennt also das hier eine Spalte. Die Spalten sind mit Buchstaben durchnummeriert und das hier ist eine Zeile. Die Zeilen sind mit Zahlen nummeriert, sodass dann jede Zelle, also ein Kästchen einer Tabelle, durch die Kombination aus Buchstabe und Zahl eindeutig anzusprechen ist. Hier hätten wir also die Zelle B5. Hier hätten wir die Zelle D7 und so weiter. Grundsätzlich wähle ich durch einen Klick die Zelle aus und kann dann entweder mit der Symbolleiste hier oben verschiedene Formatierungen und andere Funktionen anwenden oder ich klicke doppelt auf die Zelle, um etwas hineinzuschreiben. Durch einen Druck auf die Enter-Taste bestätige ich die Eingabe und kann dann wieder in die nächste Zelle schreiben. Diese Oberfläche sieht hier bei Excel ganz genauso aus oder ähnlich aus wie bei LibreOffice Calc. Hier sieht man ebenfalls Spalten, Zeilen, Zellen und auch wieder eine Reihe von Symbolen, mit denen man verschiedene Dinge tun kann. Zum Beispiel eine Zelle Fett markieren oder andere Dinge durchführen, je nachdem. Wenn man herausfinden will, was die einzelnen Symbole tun, dann kann man mit dem Mauszeiger über das Symbol fahren und einen Moment warten. Und dann kriegt man hier so einen kleinen Tooltip, also ein kleines Fensterchen, was anzeigt, was das sehweilige Symbol für eine Funktion enthält. Das funktioniert hier bei Excel ganz genauso. Kurz warten und dann kommt dieser kleine Tooltip. Außerdem haben diese Programme Menüs, die ebenfalls noch zusätzliche Funktionen enthalten. Man kann hier also einfach das Menü öffnen und einmal durchsuchen, was man brauchen kann. Und auch auf diese Weise kann man recht schnell herausfinden, wo eine gewünschte Funktion sich verbirgt, die man vielleicht anwenden möchte. Grundsätzlich kann ich, wie gesagt, eine Zelle auswählen durch klicken. Wenn ich oben auf den Spaltenkopf klicke, wähle ich die ganze Spalte aus. Wenn ich auf die Zeilennummer klicke, wähle ich die ganze Zeile aus. Wenn ich hier in die Ecke klicke, wähle ich die komplette Tabelle aus. Das kann manchmal zum Beispiel nützlich sein, wenn man die Schriftart in der ganzen Tabelle ändern möchte oder Ähnliches. Eine solche Tabellendatei kann nicht nur eine Tabelle enthalten. In Excel heißt sie auch Arbeitsmappe. Das heißt, das deutet schon an, dass mehrere Tabellen enthalten sein können. Und das kann ich auch sehen am unteren Rand. Hier gibt es nämlich einen Karteireiter, auf dem Tabelle 1 steht und ein Pluszeichen. Hier kann ich also durch Druck auf das Pluszeichen eine zweite Tabelle einfügen. und kann dann mehrere Tabellen in einer Tabellenmappe unterbringen. Das funktioniert in Calc ganz genauso. Auch hier habe ich Tabelle 1 und kann eine weitere hinzufügen. Durch einen Doppelklick kann ich auch den Namen ändern. Das geht auch in Excel. Doppelklick und wieder Enter drücken, um zu bestätigen. So kann ich verschiedene Dinge in einer Datei unterbringen und kann sie doch in separaten Tabellen etwas voneinander trennen, um Ordnung zu halten. Es gibt natürlich vor allem in den Symbolleisten einige Unterschiede zwischen den verschiedenen Programmen und es gibt auch verschiedene Möglichkeiten, wie diese Symbolleisten angezeigt werden können. Hier habe ich jetzt die Mac-Version von Excel, aber in der Windows-Version sehen viele Dinge sehr ähnlich aus. Grundsätzlich geht es nicht darum, jetzt alle Funktionen zu lernen, sondern einfach herauszufinden, wie ich Dinge über dieses Programm herausfinden kann. Also zum Beispiel, indem ich die Maus drüber setze und warte, was der Tooltip sagt oder indem ich die Hilfe-Funktion des Programms benutze oder die Menüs durchsuche oder ähnliches. Näheres dazu findest du im Video Computerprobleme selbst lösen. Das war es auch schon für die ersten Schritte mit der Tabellenkalkulation. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und war nützlich für dich. Falls ja, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Wenn du das erste Mal hier bist und du weitere solche oder ähnliche Erklärvideos haben möchtest, kannst du gerne meinen Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.